Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bin, wo ich vor vier Jahren meine Ausbildung zum Jugendreferenten am ZWDM-Kolleg angefangen habe. Mittlerweile gibt es neben dem Kolleg auch noch die ZWDM-Hochschule. Da werden junge Leute professionell in den Bereichen soziale Arbeit, Management und Religionspädagogik ausgebildet. Einen Studenten habe ich heute zu Gast, Matthias Schwolo. Er ist Student im dritten Semester. Warum studierst du an der ZWDM-Hochschule und was studierst du hier? Ich studiere den Studiengang, also den Präsenzstudiengang Religions- und Gemeindepädagogik und Soziale Arbeit. Das Ganze mache ich an der ZWDM-Hochschule, weil mich einerseits diese Kombination aus sozialer Arbeit und eben Religionspädagogik angesprochen und fasziniert hat, einfach beide Aspekte so zu haben und weil mich auch das Konzept von diesem gemeinsamen Leben und Lernen hier auf dem Campus oder gemeinsam in Kassel überzeugt hat, weil ich denke, so ein Studium kann auch immer an die Substanz gehen und da ist es wichtig und gut, wenn man Leute und Freunde, Kommilitonen und Dozenten hat, mit denen man sich austauschen kann und die man auch gut kennt. Im Sommersemester 2011 hat die Bundesregierung das sogenannte Deutschlandstipendium gestartet. Das ist ein Programm, wo private Förderer sozusagen Hochschüler unterstützen können, ein Stipendienprogramm, wo nämlich die Hälfte von den finanziellen Mitteln der Staat trägt und die andere Hälfte sozusagen aus privaten Eigenmitteln finanziert wird. An der Hochschule wird das betrieben, die Hochschulpaten sind da ganz aktiv dabei und du bist der erste Stipendiat hier an der ZWDM-Hochschule, der das Deutschlandstipendium hat. Wie ist es dazu gekommen, warum hast du dich für das Stipendium beworben? Das war eigentlich gar nicht so geplant. Ich wäre von mir aus gar nie auf die Idee gekommen, mich für irgendein Stipendium zu bewerben. Das war gar nicht so in meinem Denkhorizont drin. Bis mich dann der Dozent hier an der ZWDM-Hochschule darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eben solche Stipendienprogramme gibt und mich ermutigt hat, mich einfach mal zu bewerben und das einfach auszuprobieren. Du bist jetzt ja schon seit einem halben Jahr in dem Stipendienprogramm dabei. Hast du feststellen können, dass es da Unterschiede gibt zu dem Studentenleben vor dem Stipendium und jetzt mit dem Stipendium? Naja, generell läuft das Studium natürlich so weiter wie bisher. Man ist nicht plötzlich viel besser oder sowas, wenn man ein Stipendium hat. Aber man merkt schon so Unterschiede in der, also in Kleinigkeiten. Also zum Beispiel habe ich mir letzte Woche für 100 Euro Bücher zum Studium gekauft. Das hätte ich natürlich vorher nie machen können oder hätte ich dreimal überlegt, ob ich mir jedes Buch kaufe. Und das ist natürlich schon sehr angenehm, dass man Themen, die man im Unterricht, in den Vorlesungen hört, dann einfach in Büchern nochmal nachlesen kann und sich da nochmal reinlesen kann, das vertiefen kann und einfach das Material zur Verfügung hat, was man eben vorher, wo man dann zwei Wochen an Essen sparen müsste oder sowas. Du bist ja der Einzige, der von der C4M Hochschule das Stipendium kriegt. Gibt es da vielleicht ein bisschen Konkurrenz unter den Studierenden, unter deinen Kommilitonen? Das hat ja so ein bisschen was Elitäres dann? Ja, also teilweise höre ich schon manchmal den Spruch, wenn es jetzt darum geht, Aufgaben zu verteilen, dann heißt das manchmal, Matze, mach du doch mal, du wirst ja schlicht sich bezahlt fürs Studieren. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich ernst gemeint oder hat, glaube ich, nichts in dem Sinne mit Neid zu tun, sondern ist eher so ein freundschaftliches Pieksen oder sowas. Ich glaube, generell haben wir hier eine sehr gute Gemeinschaft am C4M Campus, wo jetzt nicht irgendwie Konkurrenzdenken in dem Maße herrscht, dass es wirklich zum Problem werden würde. Ich habe gehört, dass ein Auswahlkriterium für dieses Stipendium soziales Engagement ist oder auch gute Noten, gute Leistung. Wo engagierst du dich hier an der C4M Hochschule? Genau, also ich engagiere mich stark oder vorwiegend an der C4M Hochschule, weil ich mir auch gedacht habe, meine Studienzeit soll so ein Stück weit eine Zeit sein, wo ich auch wirklich mich an der Hochschule auf mein Studium vorbereiten will. Das heißt, ich will nicht so viel außerhalb der Hochschule und parallel zum Studium mich noch engagieren. Deswegen fokussiere ich da schon auf die Hochschule. Hier bin ich zum Beispiel Leiter des AKGL. Das ist der Arbeitskreis Geistliches Leben. Das heißt, wir koordinieren alles, was mit geistlichem, gemeinschaftlichem Leben hier am Campus zu tun hat. Also die gemeinsamen Gottesdienste, die Andachten. Wir laden Gastredner, Gastprediger ein und versuchen einfach so ein bisschen den Blick dafür zu behalten und zu kriegen, wie gerade so die Stimmung ist, was gebraucht wird unter den Studierenden und da einfach möglichst positiv auf die Gemeinschaft einzuwirken. Das heißt, du übernimmst Verantwortung und lernst schon mal so ein bisschen Leitungspositionen. Fordert dich das heraus? Ist das was Neues für dich? Ist das jetzt extra wegen dem Stipendium oder würdest du das eigentlich auch sonst machen? Ich vermute, ich würde es auch sonst machen. Also ich habe auch früher in meiner Heimatgemeinde mich viel engagiert. Allerdings ist jetzt neu diese Leiterrolle. Also früher war ich eben immer ein Mitarbeiter von mehreren und diese Leiterrolle und jetzt das Ganze so im Blick haben zu müssen und die Fäden zusammen zu halten, das ist schon was Neues, was mich auch herausfordert, aber wo ich natürlich auch sehr dran wachse und davon profitiere. Hast du noch Wünsche für dein weiteres Studium? Kann man noch mehr außer das Deutschlandstipendium eigentlich erreichen? Naja, natürlich. Also das Ziel für mein Studium ist natürlich generell einfach in meiner Persönlichkeit, in meinem Glauben, aber auch in meiner Professionalität so ein Stück weit zu wachsen und das Ganze abzurunden, dass ich dann später als Sozialarbeiter oder als Jugendreferent oder in welche Richtung auch immer es dann gehen wird, wirklich professionell und fundiert auch arbeiten kann. Und wie geht es eigentlich weiter mit dem Deutschlandstipendium? Meine Stipendienzeit läuft noch anderthalb Jahre. Das heißt, das Deutschlandstipendium wird immer für zwei Jahre vergeben und wenn ich dann mein sechstes Semester abgeschlossen habe, läuft das für mich aus und ein neuer Student hier von der ZLVM-Hochschule kann sich eben bewerben und dieses Deutschlandstipendium bekommen. Und man kann natürlich auch das Ganze unterstützen, wenn man sagt, so ein Stipendienprogramm ist, was sinnvoll ist, was man gerne unterstützen möchte, kann man an die Hochschulpaten sich wenden, weil diese eben diesen Teil, der von der Hochschule finanziert wird, auch mitstützen. Super! Danke Matthias, dass du uns erzählt hast, was das Deutschlandstipendium ist. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!